Heftig dieser Run. Drei Unix und ein Plan. Das Mal der Zauberkundin. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Repo of Soul. Wir sind hier wieder auf T1 in einem Rift. Und ich habe für euch ein paar Legendaries gefarmt. Muss ich mal schauen, was das ist. Ein Locktuch. Braucht euch ein, wenn ihr unter 25 Leben fällt. Mhm. Leider sehr schlecht in Defensive. Okay, und hier habe ich Mantico. War früher mal eine der Top-Waffen. Heutzutage, ja man sieht sogar in einer Hand ist viel besser. Aber ich denke, der Hassfeuerwerfer ist auch eine der besten Waffen, die ich momentan bekommen kann. Und darauf bin ich stolz. Und dann habe ich noch Krümersin-Halskette nochmal bekommen. Habe leider den falschen Edelstein reingesockt. Ich würde einen Dex reintun. Aber ich lasse den mal drin. Weil ich sie ja sowieso nicht brauche. Ich würde nur schauen, wie viel Schaden plus ich noch bekomme. Weil sie ist eher schlecht. Und diese Stiefel Distanz Straflosigkeit. habe ich ersetzt durch... War es die? Ja, es waren diese Stiefel. Genau. So. Oh, hier ist recht Heilung gut. Der Ring ist nicht gut. Und jetzt schauen wir mal den Plan an. Es könnte jetzt ein bisschen leckern, wenn wir Action machen. Weil ich momentan noch am Hochladen bin. Ähm... Aber... Ja, das sollte eigentlich bald gut sein wieder. Krieg der Toten. Kriegs vor Perfektion. Da mal das Zauberkundigen. Einen Stab. Und Arkan-Schaden. Okay. Mhm. Gut, dann verkaufen wir das Zeugs. Ah ja, die Rüstung ist ja auch neu. Also, muss ich noch euch zeigen. Aber ich werde überlegen. So lange hier nur etwas von mir kauft. Kurz reparieren. Also, die kennt ihr sicher auch. Die habe ich schon ein paar Mal gehabt. Das Eisene Herz. Mit drei Sockel. Auf sehr viel Leben pro getötetem Gegner. Den haben wir letztes Mal gefunden. Glaube ich zusammen. Da ist mein Halterring. Ja. Also, es geht schon recht gut. Ich werde langsam stark. Manche. So. Action. Das ist ein sehr guter Rift. Hat recht viele Elite Gegner. Also viele. Eigentlich zu wenig für die Größe der Map. Aber, ähm. Ja. Ein paar haben mich sogar zu doppelt angegriffen. Und so. Und ich bin jetzt schon auch recht gut. Sodass ich eigentlich keine Probleme habe. wenn man zwei Elite hat mich angreifen oder so. Die Schatzgoblins sind relativ schnell down jetzt. Ich mache recht viel Schaden. Und, ähm. Und, ähm. Ja. Äh. Leider haben die kein Portal geöffnet. Das ist ein bisschen blöd. Was ist das Leck nicht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, Frebs ist manchmal ein bisschen widerwillig. Leider ist eben Diablo 3 nicht so das Performance-Wunder. Für die Grafik hätte ich tausendmal mehr Performance erwartet. Aber eben das meiste ist wegen Frebs und wegen dem Server. Wenn man am Anfang alles leckt, dann kommt der Server mit dem Synchronisieren nicht nach und so weiter. Und das tut Frebs natürlich auch sehr. Äh. Erhöhen. Also das. Die Wahrscheinlichkeit, dass es leckt, wird erhöht. Ja, nun gut. Ich schlage mir bald mal eine super Grafikkarte. Da kann ich Shadowplay verwenden auch zum Aufnehmen. Und dann auch zum Livestream. Und dann mal schauen. Das ist eben noch ein Wunschgedanke. Ich hab momentan null Geld. Ich müsste wirklich mal YouTube das hinkriegen mit YouTube. Aber ich möchte es nicht. Ich will euch keine Werbung zu erdingen. Ich will werbefrei sein. So. Ähm. Glutsch... 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 Ich möchte kurz schauen, ob der Händler da ist. Eine Kiste ist da. Nehmen wir zuerst mal den Brunnen hier. Ah ja. Ich möchte euch den Great Drift zeigen. Das machen wir dann auch. Eben das erste wird sehr leicht sein. Das ist Level eins. Also Tier eins. Also Tier eins. Vom Tier Drift. Und ähm. Danach bekommen wir einen höheren... Ähm. Ich glaube es ist abhängig wie gut wir sind. Dann kommen wir vielleicht in Level 7 oder so etwas. Und jetzt legt es gerade ein bisschen. Aber nur ganz klein bisschen. So. Ich habe gelesen, dass der Händler oben rechts sein sollte in diesem Gebiet. Aber nur zu 1 zu 50. Also sehr sehr selten. Ich schaue trotzdem überall noch durch. Vielleicht haben wir ein paar Legendaries zum Auflesen. Weil momentan ist die Drop Chance recht gross. Der Nagelring hat übrigens der Scone Drill. Und ähm. Das wirkt zur Hälfte glaube ich auch zu mir oder so. Weil ich habe wirklich einen super Damage Ring. Der recht viel Damage macht. Puh. Der hat so viele Effekte gehabt. Der hat richtig viel Schaden dadurch verursacht. So. Also ich hoffe es sollte irgendwo sein. Ist aber nicht hier momentan. Ach egal. Wenn wir noch hier drüber schauen. Da haben wir noch ein bisschen. Nicht aufgedeckt. Vielleicht kann er auch hier sehen. Nö. Also ich werde weiterhin immer wieder schauen. Aber er verkauft wahrscheinlich keine Level 70er Pläne. Da müsste er auch nicht so wichtig. Aber ich möchte ihn mal sehen, entdecken. Also der Teere trifft. Der Große. Der möchte ich jetzt ansetzen. So. Oh. Wir werden gleich reingesogen. Jaja. Ach das möchte ich nur irgendwann besiegen. Ja. Es ist leicht. Also die müssen wir nicht einsammeln. Wir müssen die einsammeln zum Beispiel. Diese Kugeln, die bekommt man von Elite und Champions. Und ihr seht in blau wie der Fortschritt ist. Wir haben eine Viertelstunde Zeit. Denke ich mal. Und mit jedem Legendär kommt der Fortschritt ein bisschen näher. Momentan sind wir recht gut dran. Ja. Sehr schön. Da müssen wir eigentlich gar nicht ausweichen. Wir machen null Schaden. Ja. Jetzt haben wir einen grossen Vorsprung. So. Und ein bisschen sparen mit dem Salter. Also nicht aufhalten lassen. Einfach durchrennen. Und nur euch auf die Dinge konzentrieren hier. Wirklich nur auf die Elite und Champions. Und auf die Schatzgoblins und so. Oh Gott. Oh Gott. So. Ja, wir sind sehr gut dran. Also wir bekommen viel mehr Dinge, was es wichtig ist. Gut. Gut. Zars Zuflug. Zwei. Krise. Leute. Also zuerst einmal sieht es aus. Es wird mir eben keine Ereignisse bekommen. Nichts. Und deshalb nicht so ertragsreich. Aber der Boss gibt recht viele Sachen. Und eben einen weiteren Stein und so. Es führt nebenbei. Es ist richtig toll. Und hier kann ich gerade nicht weiter. Weil ich auch keine Energie mehr habe für den Salter. So. Töten wir das Zeugs mal. Also der, ähm, Ding, Timer kommt fast nicht nach. Er ist erst bei der Hälfte. Ich hoffe es ist genug lang, dass wir, ähm, genug Elite haben am Schluss. Ich denke, ich glaube der ist unendlich, habe ich mal gehört. Darum rennen wir einfach durch. Also, ich weiß jetzt nichts besseres als durchrennen. Oh, ich soll einen Speedrun machen, das ist toll. So viele Explosionen. So viele Olympia. Cool der alte. Also recht viele Champion und Eliteherz hier hat. Das ist gut. Aber irgendwie, ähm, nicht der letzte drppt die Dings unten nice. Der mittlere. Okay. So, wie ich das sehe. Nächste. Die Zuflucht 3. Ja, jetzt habe ich das falsch gesetzt. Macht nichts. Ich mache sowieso schon. Ohne Ende. Nein, die... Das ist ungefähr... Ja, Profi-Niveau. In T1. Ja, noch ein Gegner. Hallo? Was möchtest du? Wie willst du sterben? Ich suche noch ein paar Elites. Oh, der Timer ist aber auch schon recht weit. Ist nicht mehr so die Hälfte. Na, machen wir mal die Ratten-Tunnel da. Ach, hier ist einer. Grüße. Das ist irgendwie zu Westen hier. So. Das ist irgendwie fast. Wir haben die Hälfte gut. Hier geht es weiter. Hä, die stinken. Ich habe sie angestinkert. Oh, ging das schnell. Ein bisschen Gold habe ich bekommen. Wow. Die Schatz-Goblins geben plötzlich nur noch Gold. Hä? Komisch. Nervt nicht herum da. Okay. Habt ihr verstanden? Also, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich laufe einfach nebenbei. Oh, zwei. Ein Champion und ein Elite-Trupp. Ah, das fehlt noch ein bisschen. Okay. Nächste Ebene. Zehn, äh, sechs. Ebene sechs für mich. Ah, jetzt. So, jetzt muss ich den noch töten. Also, Hälfte Zeit hätte ich noch gehabt. Ja, nicht die Hälfte, aber sehr viel. Das ist auch ein Stinker. Label fünf. Okay. Ja, der, wo ich das gesehen habe, das Video, der hatte einen besseren Charakter. Der hat einen Level-Siebener bekommen. Aber ist doch auch gut. Level fünf. Und die Belohnung, naja. In dem T1 darf man, also in einem Rift, Tiere trifft eins. Muss man nicht viel erwarten. Und jetzt droppen die Gegner etwas. Scheinbar nicht. Also lohnt es sich nicht, weiter zu machen. Wir können hier noch ein paar einsammeln. Ah, jetzt sind alle Gegner weg. Okay. Ja, jetzt sind alle Gegner weg. Hier auch. Ich brauche mehr Disziplin. Ich brauche mehr Disziplin. Schade. Jetzt bekomme ich noch für immer eine Belohnung oder was ist. Habe ich noch Schokolade? Nein, ich habe keine Schokolade mehr. Alles gefressen. Nicht von dem. Von dem da. 18 Millionen EP. Nicht schlecht. Aber leider zu wenig für mich. Für meine Ansprüche. Also eben, es lohnt sich wirklich nicht, die zu machen. Wenn man auf Item aus ist. Ja, ein bisschen Zähigkeit könnte ich eigentlich gebrauchen. Ähm, was ist da noch drauf? Also Geschütztum könnte ich eigentlich ändern. Da gucke ich gleich mal, ob ich da etwas ändern könnte. Ähm, den tun wir wieder rein. Ah, Level 5. Ich frage mich, wie viel Level das es gibt. Ähm. Bei dem da. Ich möchte wieder ein dickes Ding drauf haben. Oder hier irgendwas. Stufenanforderung. Regnerier 300. Das ist immer das gleiche. Das ist immer das gleiche. Bisschen hier aus. High-Kugeln um einen Meter. Zu schwach. Lebensregeneration. Äh, also High-Kugeln. Oder kein Haltbarkeitsverlust. Da ich sowieso genug Geld habe, nehme ich das. Das. Hört sich doch gut an. Oh, schönen Regen. Ich läufe den Reg. So. Ähm. Ja, jetzt haben wir noch 20 übrig. Dann müssten wir wieder ein paar Dinge machen. Die mache ich dann aber auf normal. Damit es ganz, ganz schnell geht. Gotten. Sei dass ihr euresst. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das ist so nice also 10 Bewegungsgeschwinde statt auf den Schuhen dort oben. Ist doch mal recht nice. Ich könnte hier die Rüstung wegnehmen und auch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit reinnehmen, aber momentan nicht. So, kommen wir sehr schnell... Oh, ich will welchen Gold, wenn so viel Gold? 3000, okay. So viel Gold drum möchte ich doch das mitnehmen. Wir haben ja Zeit. So, und dann... Ein Paragon Level haben wir auch gleich. Jetzt haben wir wieder gebunkert. 81.000... 81 Millionen. Oh... Sheet. 144 Millionen haben wir schon gesammelt. Die können einfach... den halben Kampf lang nichts machen, weil ich sie die ganze Zeit stun. Krise. Der Gewaltige. Bollwerk der Gewaltige. Also so gewaltig ist der für mich nicht. Einfach gewaltig stark. Ich hacke euch die Glieder aus. Und schieße euch in den Schwanz. Sie haben keinen Schwanz. Sind also nicht männlich oder was? Sind das viele. So, jetzt habe ich wieder einen Dreier... Ja. So schnell geht's. Ein Dreierbonus von hier. Ruhm des Nepalem. Das scheint ein großes Rift zu sein. Also der Fortschrittspike fühlt sich nicht so schnell. Oh, das gibt wieder eine Ebene mit extrem vielen Elite. Einen Topaz für mich. Also diese Ebene ist kurz gewesen. Naja, geht so. So. Was haben wir jetzt? 79. Ging das schneller. Also die 70er gingen schneller als die 60er und 50er. Dabei geht wieder... Ähm... Der Fortschritt natürlich immer wie gröss. Und dann sind die Fortschritte so hoch, dass man... Für ein Level mehr braucht als für 100 Levels. Und so weiter. Also das ist gigantisch. Und Boom hat's gemacht. Und es hat Boom gemacht. Boom. 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 Grüssi Goblin. Gibst du mir mal ein Portal? Wie selten ist das Portal eigentlich? Ich hab's bisher einmal gefunden. Leider nicht. Konnte ich nicht aufnehmen. Weil Frebs... Ja. Weil Frebs... Frebs hat halt gelockt. Weil ähm... Ja. Ich gerendert habe. Und hochgeladen habe. Alles mögliche. Darum hab ich gesagt. Ja. Ich werde das nächste für euch zeigen. Ja. Wenn Frebs gar nicht genug Arbeit bekommt. Oder zu wenig Prozessorleistung. CPU. Dann ist Frebs natürlich sehr langsam. Ach Gott. Mehr Widerstand. Schon fertig. Okay. Dann geh ich noch hier auch nach oben. Dann gehen wir in die nächste Ebene. Ja. Die ist doch nicht so. Okay. Auch irgendwie blöd ist. Wenn man die 64-Bit-Version hat. Die 32-Bit-Version läuft im Hintergrund auch. Macht aber nichts. Also keine CPU frisst. Nichts. Aber sie ist trotzdem da. Ich geht. Ich geht. Oh. Noch ein Gitter. Bisschen Schaden kloppen. Bisschen herum. Ja. Bisschen herum. Bisschen herum. Tollen. Hä. So. Gut. T-Bit-Version. T-Bit-Version. Danke. Die Elite sind ja er. Einmal die Elite sind ein bisschen zäh. Ja. Manchmal lieber 500.000 Leben. 500 Millionen. Ach man. Ich hab das mit den Zahlen. Ja, 500 Millionen ist es klar, weil ich hier schon 400 Schaden mache. 400.000. So, gebt mir jetzt mal wieder eine Elite. Wo schauen wir denn hier her? Spine. Feuer, was man nicht sieht. Ja, darum habe ich zu viel Schaden erlitten. Ah, grüße. Hier haben wir die nächsten Opfers. Kommt, zerbrecht euer Käfig. Ich will Schaden sehen. Ah, die sind so nervig. Jetzt. Ich brauche einen zweiten Anlauf. Komm, jetzt durch die Rüstung regnet sich mein Haas auch so langsam. Oh, jetzt sind alle miteinander gestorben. Wahrscheinlich auch wegen dem Lebensband. Und das macht auch, dass jeder Einzelne mehr Leben hat. Das ist natürlich heikel. Ich könnte hier Flickflack rein tun. Da Flickflack. Weil den extra Damage brauche ich ja jetzt nicht mehr. Da kann man noch mehr Saltos drehen. Es ist ja eh eine Schraube statt ein Saltos. Also eine Seitwärtsrolle. Das ist ja eh ein Saltos. Da. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Kurz die Fliege töten. So, ein Plagegeist wenig. Prima. Ach, ich hasse es neben einem Bauer zu wohnen, wie immer diese Scheißfliegen. Kack, Kaff. Ja, das reicht. Das war jetzt nicht so eine besonders gute Ebene. Darum gehen wir jetzt weiter. Wir müssen vielleicht wieder zurück dann, wenn wir zu wenig Fortschritt haben, aber ich mach lieber hier. Hier hat's gar keine Gegner oder was? Ja, das ist das natürlich gerne. Sprühregen. Oh, ich bin schön blau. Blau. Während ich tonne. Okay. 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 Und das wird wieder ein langer Part. Haha. Aufs Gute. Dass sich so langsam fühlt. Okay. Okay. olaher. Das ist nicht gut. Aber hier ist wirklich gut. Es ist nur ein langer Part. Aber hier ist die Versorgung. und sie zerspritzen in Ungnade oh, das ist das Ende ich müsste doch nicht schon nach Hause geht's nochmal seiner 84 zeig mir den Rift Boss jetzt noch hier links du hast zu wenig Discipline um diese Fähigkeit zu benutzen wickel sie zu der Hölle und lassen sie die Tast in Ruhe sonst schalte ich die Abladei ab oh, ja, ja bis jetzt wieder und Ruhe, ne? ja, ja ach komm, bisschen noch ist denn so schwer den Bike zu füllen in Blizzard habt ihr zu wenig Arbeiter ja, immer alles auf Blizzard schieben, das tut gut ne, das muss ich wirklich noch hier nochmals hier suchen ach, Disziplin fühl dich mal und diese Geigenmusik bitte Blizzard träum mich nicht ich steck dir fest da nach oben es gibt wirklich da hat's keine Gegner mehr kommt man nicht mehr weiter ich hab's schon zwei oder dreimal erlebt das ist kacke wenn das jetzt auch so wäre gebt mir mal Gegner das ist so langweilig da unten schon wieder das Sandformer aua, das hat wehgetan also bitte das hab ich doch nicht verdient jetzt haut er ab er haut nicht wirklich ab komm wieder zu mir genau hier hat's die Türmchen hier genau hier hat's die Türmchen ja brav wieviel wir bestimmchen willst du noch machen gib mir Damage naja schäbig wieder kein Legendary ich sollte nicht so viel aufnehmen nein, nicht zu mir komm, nicht zu mir komm naja manche hilft's Tropenitems also Legendaries manche nicht kann man nie so gut beeinflussen und wieso gibst du mir keine Legendaries hm gibt es bei den Linken gar keine Legendaries oder was ach Gottchen ich muss hier so mehr Damage Widerstand Splitterpfeil ich bin nicht so ein Splitterpfeil ich hab eher actionreichere Attacken gerne und da und nicht noch ein Gürtel so jetzt hab ich alles zerkleinert also dann werde ich mal wieder ein bisschen weiter leveln und euch den Fortschritt dann wieder zeigen und wir sehen uns natürlich zweimal pro Tag am liebsten je nachdem ob es klappt oder nicht und ja viel Spaß mit den weiteren Folgen wenn ihr sie gucken wollt und schönen Tag tschüss bye bye